Hallo, willkommen zum 10. Level, Eisschleier. Hier müssen wir ein bisschen auch wieder die Wege verbargadieren. Es gibt halt zwei Möglichkeiten, dass man sie einmal hier zubaut, dass sie halt hier lang müssen. Hier rum, zack, zack, zack und dann hier. Oder halt, was ich jetzt machen werde, wir machen hier vorne zu, dass sie hier lang müssen, über die Brücke, hier rüber. So, dann hintenrum noch einmal, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und dann von hier kommen. Und hier wird halt der Knackpunkt liegen, wo wir halt quasi die ganzen Türme updaten werden. Hier vorne, die werden wir halt nur einfach setzen, damit sie halt da nicht lang kommen. So. Wir könnten hier jetzt noch... Machen wir es mal zu. Hier werden wir noch einen temporalen Turm hinsetzen dann. So, das sollte erstmal reichen jetzt. Ich kann nicht glauben, dass es so einfach ist. Raketenturm brauchen wir gleich für die nächste Welle. Lassen Sie auf die Kerle auf! Sie wollen sie stehlen! Wir waren allein zehn in meiner... ...zehn gute Männer. Alle tot. Ich... Bitte entschuldigen Sie, wenn ich ihm manchmal Schwäche zeige. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr... Nun, es ist ohnehin sinnlos. Wie sagten wir früher immer, das, was man nicht sieht, ist ebenso gefährlich wie das, was man sieht. Nicht wahr? Und ich meine das durchaus wörtlich. Einige Aliens besitzen eine Tarn-Technik, wissen Sie? Wir allerdings auch. Es kommt etwas Neues. Der Mistkerl ist in der Datenbank abgelegt. So, es werden wir langsam updaten hier. Den Turm müssen wir ja einmal updaten. So, hier werden wir noch einen Temporalen hinsetzen. Wir Response-Anpare luogo sind in der Filter很好. Der Certior vom Tarn-Technik So, hier werden wir noch einen Tarn-Technik auf dem Tarn-Alexner... Last currygehen! Zweite, right? Wenn Sie sicher mehr sehen, müssen Sie erwartet. Vorher nachabadieren wir schon zuerst. Der Slam O20,... In diesen Tяж, noch comply? Mai! Der Lewенной ist dabei! Oder Sie oxidierungen lensesierungen nehmen wie auf Europa. Ich kann es nicht. So, den müssen wir leider einmal abgräten. Den gräten wir einmal ab. Oh, hier kam die nächste Flugwelle, haben wir schon abgedatet, das passt. Wir haben einen unserer Kerle zurückgeholt. So, die nächste Flugwelle. So, das sieht eigentlich schon fast gut aus. Den Laser, wie gesagt, haben wir im Notfall auch noch, aber den sollten wir eigentlich nicht brauchen. Roast beef habe ich immer gern gegessen. Der Kern gehört wieder uns. So, reicht das oder bauen wir noch was? Ach, warum bin ich immer noch mal geschützt? Da hat man gar nicht gebraucht. Mal überlegen, hier erneut anzugreifen. Besser geht das kaum. 3600 und ja, haben wir hakenwollt. So, ich hoffe euch hat es gefallen. Sehen wir uns beim nächsten Level. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.